Die Familie In der Nähe des Himalaya, ihr Jünger, des Königs der Berge, nehmen die großen Bäume an drei Dingen zu. An welchen dreien? Sie nehmen zu an Zweigen, Blättern und Blüten, nehmen zu an Haut und Rinde, nehmen zu an Grünholz und Kernholz. In der Nähe des Himalaya, ihr Jünger, des Königs der Berge, nehmen die großen Bäume an diesen drei Dingen zu. Ebenso nun auch ihr Jünger nehmen in der Nähe eines von Vertrauen erfüllten Familienhauptes die Hausbewohner an drei Dingen zu. An welchen dreien? Sie nehmen zu an Vertrauen, nehmen zu an Sittlichkeit, nehmen zu an Weisheit. In der Nähe eines von Vertrauen erfüllten Familienhauptes, ihr Jünger, nehmen die Hausbewohner an diesen drei Dingen zu.